SOS? Da steht SOS auf Stein, guck mal. Ja, warte mal, da ist etwas. Okay, Finny, wir müssen landen. Für unsere Hilfe. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mit Finny Gamer ein bisschen Wobbly Live. Hallo. Und Leute, wir sind gerade mit dem Wohnmobil unterwegs, denn wir fahren in den Urlaub. Ich zeige euch mal, wie es im Wohnmobil drin so aussieht. Wir haben hier so eine kleine Bank, so ein Bett und eine kleine Küche. Sieht auf jeden Fall alles sehr süß aus. Ich setze mich mal hier so hin. Das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ja, Finny ist gerade am Pupsen. Okay, wir fahren auf jeden Fall jetzt los. Wir machen hier die Tür zu. Dann gehen wir nach vorne ans Steuer. Und los geht der Roadtrip, oder wie auch immer man das nennt. Wir fahren nämlich hier lang, schön hinter die Berge, in Richtung Meer. Da ist so eine schöne Küste. Und ja, wir werden den Urlaub auf jeden Fall genießen. Also ich freue mich schon mega auf den Urlaub. Ja, ich auch. Oh, hier sind sogar richtig coole Inseln. Ja, das wird auf jeden Fall super. Wow, sehr schön. Und ich glaube, wir sind dann auch gleich am Ziel. Oh, schau mal, hier ist sogar so eine Art Campingplatz. Da steht auch schon ein anderes Wohnmobil. Ja, da können wir uns auch dazu stellen. Genau, da stellen wir uns hin. So, fertig. Dann steig mal aus. Okay. So, Finny, da sind wir. Oh, schau mal, wie schön es hier ist. Ja, das ist echt ein super Spot. Ja, mir gefällt es hier auf jeden Fall. Und jetzt schau dir mal diesen Ausblick auf das Meer und diese Inseln an. Aber schau, dass du da nicht runterfällst, weil das wäre ziemlich problematisch. Schau mal, so ein schöner Ausblick. Schau mal, Finny, da ist sogar eine Seilbahn da hinten. Oha, du hast ja recht. Das ist richtig cool. Seilbahn, Seilbahn. Ich würde mir diese Insel mal gerne ansehen. Okay, Leute, wir schwingen uns jetzt auf diese kleine Insel rüber. Und da sind wir, Plumps. Die zwei Piraten haben eine Insel entdeckt. Oh, 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 oh. Autsch. Aua. Okay, geht es dir gut? Ja, mir geht es gut an dir. Gut, ja, mir auch. Schau mal, hier sind solche komischen Boote. Oh, Luftkissenboote. Kissenboote. Was machen die hier unten? Interessant. Hier ist auch noch so ein zweites. Und schau mal hier. Guck mal. Ein Wasserflugzeug. Ja, ein Wasserflugzeug. Warte mal. Ich bin der Pilot. Okay. Aber nicht abstürzen. Nein, nein. Wir heben ab. Juhu. Wir fliegen. Ja, wir fliegen, Fini. Schau mal, da ist die zweite Insel. Das ist ja nice. SOS? Da steht SOS auf Stein. Guck mal. Ja, warte mal. Da ist etwas. Okay, Fini, wir müssen landen. Da hat jemand mit Steinen ein SOS-Zeichen hier hergerichtet. Das müssen wir uns ansehen. Der braucht bestimmt unsere Hilfe. Ja, auf jeden Fall. Schau mal, hier ist auch so ein Gleiter. Was macht der denn hier? Hier ist ein Feuerwerk. Feuerwerk. Wow. Okay. Guck mal, da ist so eine Art, äh... Pö, also wie so eine Art Zelt. So eine... Bitte, schau mal, hier ist das SOS und schau mal, hier ist ein Schiffsbrüchiger. Die versuchen hier gerade so ein Floß zu bauen. Fini, red mal mit der. Okay. Mach ich mal. Hey, Watson. Hey, Watson, wir haben Besuch. Hm. Vielleicht kriegen wir jetzt ja Hilfe. Wir versuchen dieses Floß zu bauen. Aber da Watson wahnsinnig durstig ist, kommen wir nur schleppend voran. Du könntest uns nicht zufällig etwas Wasser besorgen? Ähm, Simon. Ja? Es scheint unsere Hilfe zu brauchen. Sie brauchen Wasser, was sie trinken können. Okay. Das heißt, wir müssen den schiffsbrüchigen Wasser besorgen. Alles klar. Genau. Okay, okay, okay. Äh, keine Sorge, wir kommen zurück mit einer Flasche Wasser. Bis später. Bis später. Okay, unser Wasserflugzeug ist irgendwie verschwunden. Aber wir haben ja noch diesen Gleiter hier. Okay, häng dich mal dran. Okay, warte. Hier, ich hänge. Okay, wir starten. Gut, jetzt müssen wir jetzt schauen, dass hier irgendwo ein Supermarkt in der Nähe ist. Ich glaube, hier ist sogar so eine Art Supermarkt. Da können wir mal hinfliegen. Ja, das wäre doch ganz gut. So. Nein, Flick hör. Flick hör. Ah, scheiße, scheiße. Oh. Ach, du Kacke. Oh, wir hatten den Crash, wir hatten den Crash. Okay, fini. Äh. Äh, wir schaffen das auch zu Fuß. Warte mal, hier ist ein Auto, das klauen wir. Das klauen wir, das klauen wir. Ja, ein Auto, das ist gut. Für die Rettung. Tschüssi. Hehe. Der rollt da so den Weg runter. Ja, der rollt ja jetzt. Haha. Wir klauen einfach sein Auto. Okay. Äh, ich glaube, da hinten bei der Tankstelle gibt es Wasser. Wie fährt denn dieses Dreiradauto bitte? Ist irgendwie komisch. Okay, da sind wir. Gut. Äh, dann rennen wir da mal in den, äh, Supermarkt bei der Tankstelle rein und schauen, ob es hier irgendwo Wasser gibt. So, was gibt es hier alles? Ah ja, hier ist Wasser. Gut. Das kaufen wir einmal um 10 Wobbly-Dollar. Und dann nehmen wir diese Wasserflasche. Finny, wir haben Wasser. Ja. Wir haben Wasser. Oh, das ist super. Juhu. Okay. Aber mal ein, bevor die verlusten. Genau. Ähm, Finny, da hinten ist so ein, äh, Pickup-Truck. Da können wir hinten das Wasser reinlegen. Ich seh schon. Okay, du fährst. Okay, Simon. Pack das Wasser hinten rein. Okay, ich springe auf. Zack. Ich halte mich fest. Ich habe das Wasser. Los, fahr, 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 fahr. Super, super. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Rettung kommt. Okay, zur Seilbahn, zur Seilbahn. Los, 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 los. Fahr, fahr, fahr. Lauf. Okay. Los, halt dich fest. Okay, ich fahre. Finny. Finny, nein. Oh nein, Finny. Warte, warte, bis die Seilbahn zurückkommt und dann fahr du. Nochmal. Oh nein, Leute, wir sind ohne Finny. Okay, Finny, komm nach. Die Seilbahn kommt zurück. Ich komme. Simon. Leute, da kommt er. Und? Au, 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 au. Nicht gut. Ah, nein, du bist gegen die Steinmauer gekracht. Okay. Hier, hier ist das Wasser. Jetzt geht es um die Rettung der Schiffsbrüchigen. Los, fahr, fahr, fahr. Ich halte mich hinten fest. Ich habe das Wasser. Halt dich fest, Simon. Los geht's. Wir sind die Retterpiraten. Volle Kraft voraus. Achtung, nicht crashen, da sind Felsen. Alles gut, ich kann ein sehr gutes Boot fahren. Wow. Okay, da sind wir. Okay, Finny, wir müssen jetzt nur noch das Wasser den Schiffsbrüchigen geben. Und dann haben wir ihnen auch schon geholfen. So, da sind wir. Hallo. Wasser, hab vielen Dank. Ja, sehr gerne. Watson sagt, er habe noch nie ein freundlicheres Wobbly getroffen. Ja, das freut mich aber. Okay, ihr lieben Schiffsbrüchigen. Viel Erfolg bei eurem Floßbauen. Und, äh, tschüss. 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 Ich hoffe, wir konnten euch gut helfen. Und, tschau. Okay, Leute. Das war's mit dem heutigen Abenteuer. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt es uns in die Kommentare, falls ihr mehr Videos von Finny und mir haben wollt. Bis zum nächsten Mal und tschau. Und tschau.